Eine Kugel aus Beton, ein brasilianischer Architekt, ein wagemutiger Unternehmer und ein kreativer Koch verbindet ein fantastisches Bauwerk. Die Oskar-Niemeyer-Sphäre, das Architektur-Highlight in Leipzig. Oskar Niemeyer, einer der berühmtesten Architekten der Moderne, hat mit einer Kugel aus Beton und Glas ein atemberaubendes Vermächtnis hinterlassen. Erfahren Sie die ganze faszinierende Geschichte auf der Homepage Beton für große Ideen.